. Sag und was macht eigentlich die Kamera hier? Die ist für unseren Christmas Countdown. Christmas Countdown? Ja, wir verschenken 24 Geschenke bis Weihnachten. Und ich glaube, du darfst das erste Geschenk aufmachen. Ja, dann fange ich doch klart mal damit an. Also, mein Name ist Felix und unser erstes Geschenk ist... Ein Tray Killer Fisch. Kann man auch als Adventskalender benutzen. Und gewonnen hat... Jennifer Minken. Herzlichen Glückwunsch Jennifer und immer dran denken. Noch 13 Tage bis Weihnachten.